Hallo zusammen, ich bin der Thomas, ich bin aus der Schweiz, Kanton Bern und ich möchte noch schnell mein Statement abgeben zu Philipp Lang, Agentur zur Freiheit. Und dieser Kurs ist top, er ist wirklich super. Es ist kein Schneeballsystem, es ist kein Betrug, nichts. Ich bin jetzt hier seit anderthalb Monaten dabei und ich habe sehr viel gelernt in den letzten anderthalb Monaten. Er zeigt dir wirklich, jetzt klickst du hier und dann klickst du hier und dann hier Schritt für Schritt in ganz vielen Videos und noch darüber hinaus. Er will dich wirklich ausbilden mit Wissen, das du sonst Jahre hättest, um zu sammeln. Und er ist immer da, du kannst immer mit ihm schreiben. Es gibt Gruppen im Facebook, wo du Leute fragen kannst, da wird immer auch schnell geantwortet. Und dann gibt es Mittwochabend eine Webcam-Session, wo man alle Leute fragen kann. Also man wird richtig durch den Prozess, man muss einfach selber Initiativen ergreifen. Man wird eine Art selbstständig. Finde ich auch gut, weil es ist ja, Freiheit hat den Preis. Und ja, meine Kollegen sind zum Teil noch kritisch, aber ich stehe da voll dahinter. Es ist echt eine gute Sache. Wirklich, ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Und ja, der richtige Schritt in die Selbstständigkeit, ich kann es wirklich empfehlen. Ich stehe dahinter. So.